Hallo liebe Leute, grüß dich zum Witz des Tages von Unmengut Gewinter, heute der Frauenwitz. Und ich tu mal heut. Hallo liebe Leute, grüß dich zum Witz des Tages, es ist das jeden Tag, heute der Frauenwitz. Und zwar ist der von Nuttkehra Sommer, der in dem E-Mail steht, könnt ihr auch unter Facebook, der Frauensitz. Da geht's so, äh, was ist das Lieblingsspiel der Frauen? Schach, weil das Muster erinnert sich irgendwie an den Küchenboden. Was ist das Lieblingsspiel der Frauen? Schach, weil das Muster erinnert sich irgendwie an den Küchenboden. So eine Erklärung, Schach hat ja so ein schwarz-weiße, äh, viergeckige Filter, so ein Bett. Und, ähm, das erinnert sich Frauen irgendwie an den Küchenboden. Früher sah der Küchenboden auch so aus mit den Fliesen. Und, äh, deswegen ist das das Lieblingsspiel der Frauen, weil das Muster erinnert sich an den Küchenboden. Okay, tschau, kaum mit abonnieren.